Schick Brauchst du nicht so hier irgendwas hiervon? Ne, das nehm ich jede Woche was, den Herrscher aus dem Schicksal Achso Hier, woran ist Leberwurst? In so nem Glas Oh ne, ich find das nicht so Glas, ich find das nur so Ah Dieses Frühstücksfleisch Oh ne, die Eltküchenwaage Wolltf mich auch drüber fallen Was ist da ein Tischmülleimer? Ach, kostet mich die gar nicht Was kostet das? Du willst nicht ernsthaft mitnehmen? Ja Gut Guck mal ein toller Föhn Wie findest du eigentlich unseren Föhn? Hackfleisch Kopfschneller Kannst alles mitnehmen Das ist von Schweinen Ich find das nicht so Wir haben da Wie viel ist das? Wie viel ist das? Das ist noch nicht so Ah, das ist noch nicht so Ah, das ist noch nicht so Was ist das? Ich finde es so Das kannst du wohl nicht einmal aufmachen und dann nochmal nehmen, ne? Warum? Ne, das geht nicht, das verfällt dann. Wieso, ich mach das auf, ne, die Hälfte raus, damit ich beglebt will müssen. Die Hälfte tue ich mir nicht, Papa, du gehst nicht wahr? Ne, ne, das hält aber nur zwei Tage. Jetzt ernsthaft? Das wird schlecht. Echt? Ach, schick, das hat auch schon gegessen, aber war das zwei Wochen dann. Ja, da glaube ich dir, oder das ist nicht gut, wenn du dann machst. Aber durchs Braten wird das so kaputt. Mäuschen, willst du keine Chicken McNuggets mehr? Ja, genau. Sonne. Vielen Dank. Vielen Dank.